Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen. Sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen, dem König der Menschen, dem Gott der Menschen, vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers, der in die Brüste der Menschen einflüstert, von den Dschinn und den Menschen. Der in die Brüste der Menschen,